Willkommen bei Division, mein Name ist Madder und ich präsentiere euch heute ein weiteres Set. Seit Dienstag ist das zweite Global Event draußen und seitdem haben wir auch Chance, drei neue Sets uns zu ergattern. Und in diesem Fall präsentiere ich euch den klassifizierten Striker. Ich habe die PvP-Variante gemacht, er ist nicht ganz perfekt, ich habe zum Beispiel, ihr werdet es gleich sehen, die Weste ist nicht die beste, ich kriege einfach aus irgendwelchen Gründen keine bessere gerade. Aber ansonsten ist er relativ, sage ich mal, in Ordnung, ich kann sehr gut mit ihm spielen. Ich hoffe es gefällt euch wie immer, wenn ihr wollt, dass noch ein Gameplay dazukommt, so ein Kill-Gameplay, keine Ahnung, 20, 30 Kill gibt es, dann den Button einfach einmal permanent drücken, damit ich sehe, dass ihr das wollt und dann werde ich das auch noch machen. Ansonsten hoffe ich, ihr habt viel Spaß dabei, bei Fragen oder Anregungen, ab damit in die Kommentare und dann bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.